In diesem Video lernen Sie, wie man einfache Formeln Schritt für Schritt aufbaut. Schauen wir uns zuerst die mathematischen Zeichen an. Möchte ich irgendetwas mal rechnen, dann nehme ich das Sternchen für die Multiplikation. Möchte ich etwas teilen, dann nehme ich den Schrägstrich für die Division. Möchte ich zwei Zahlen zusammenzählen, nehme ich das Plus für die Addition. Und zuletzt, wenn ich irgendetwas Minus rechnen möchte, nehme ich den Bindestrich oder das Minuszeichen für die Subtraktion. Diese Zeichen finden Sie auf der Tastatur auch rechts auf dem numerischen Zahlenblock. Da können Sie diese Zeichen direkt abrufen und in Ihre Formel einfügen. Über die Tastatur muss ich dann schauen, vorne, vor allem wenn Sie einen Laptop haben, da müssen Sie teilweise dann noch die Shift-Taste, also die Umschalt-Taste dazudrücken, um das entsprechende Zeichen abzurufen. Bauen wir nun Formeln zusammen Schritt für Schritt auf. Ich möchte in diesem Beispiel den Bruttolohn berechnen. Um den Bruttolohn zu berechnen, muss ich rechnen Stunden mal Stundenlohn. Ich setze den Cursor in die Zelle D5 da, wo ich später auch das Resultat meiner Berechnung sehen möchte. Mit dem Gleichzeichen auf der Tastatur leite ich nun die Formel ein. Excel weiss jetzt, jetzt möchte sie gerne eine Formel erstellen. Wenn ich jetzt mit der Maus die Zelle B5 anklicke, also den Wert 22, dann sehen Sie, übernimmt er den entsprechenden Zellbezug. Jetzt kann ich das Malzeichen, also den Stern eingeben und dann gleich danach die zweite Zelle, die er mal rechnen soll, anklicken. Bestätigen tue ich die Formel mit der Enter-Taste, dann ist die Eingabe der Formel abgeschlossen. Und Sie sehen, der Wert wird sofort berechnet. Machen wir gleich ein zweites Beispiel hier auf dem Register Division. Ich klicke wieder in die entsprechende Zelle, da wo ich jetzt die Stunden berechnen möchte. Dieses Mal möchten wir rechnen Bruttolohn geteilt durch Stundenlohn, dass wir die Stunden bekommen. Ich beginne wieder mit dem Gleichzeichen, klicke den Bruttolohn an, gebe nun das Geteiltzeichen, also den Schrägstrich und danach klicke ich die zweite Zelle an und bestätige wiederum mit der Enter-Taste. Weiteres Beispiel auf dem nächsten Blatt hier, Addition. Wir möchten zwei Zahlen, die weit auseinander liegen, zusammenzählen. Ich klicke in die entsprechende Zelle, wo das Resultat erscheinen soll, wieder istgleich, ich klicke die erste Zahl an, gebe das Pluszeichen und klicke dann die zweite Zelle an. Die Eingabe würde ich jetzt wiederum mit Enter bestätigen oder was auch geht, hier oben in der Bearbeitungszeile, links davon gibt es so ein Häkchen, da kann ich die Eingabe auch mit der Maustaste abschliessen und bestätigen. Und noch das letzte Beispiel, die Subtraktion, ich möchte hier den Netto-Lohn berechnen, also Bruttolohn minus die Abzüge, ich gehe wieder in die entsprechende Zelle, tippe das Gleichzeichen. Hier möchte ich Ihnen aber jetzt noch ein anderes Beispiel zeigen, ohne Maus. Das heisst, ich nehme jetzt nicht die Maus und klicke auf den Bruttolohn, sondern ich bewege die Cursor-Tasten auf der Tastatur und kann so zu dem entsprechenden Wert navigieren. Tippe dann das Minuszeichen und nehme jetzt wieder die Cursor-Taste nach links, um zum entsprechenden Wert zu navigieren. Sie sehen, ich kann also auch ohne Maus eine Formel erstellen, indem ich die Cursor-Taste auf der Tastatur verwende. Die Eingabe schliesse ich wiederum mit Enter ab. Nun haben Sie noch eine weitere Variante kennengelernt, wie man sogar auch ohne Maus eine Formel erstellen kann. Danke schön! Also, das muss dieTT afghaneren. Vielen Dank.